Ja, meine lieben Freunde, letztes Mal Matchday diese Saison für uns. Die letzte Chance, das alles entscheidende Spiel. Hier geht es jetzt darum, wie wird Hertha spielen, mit welcher Aufstellung, mit welcher Aufstellung würde ich spielen, wie wird wahrscheinlich der HSV agieren, was wurde auf den beiden Pressekonferenzen gesagt. Und mein Tipp zum Spiel heute, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Wir streamen heute, ja, da ich ja leider einen Termin habe, einen wichtigen Notartermin und deshalb nicht nach Hamburg fahren kann, kann ich euch auch noch nicht genau sagen, wann ich anfange mit streamen. Sobald ich zu Hause bin, fange ich direkt an. Also zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr werde ich anfangen. Und, ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann folgt mir am besten auf Instagram oder, ja, schaut auf, macht die Glocke an bei Twitch, wobei das bringt ja scheinbar immer vielen Leuten nichts. Also, ja, watch out, sage ich mal so, wie der Franzose sagt, ab 17.30 Uhr könnte ich online kommen und dann gucken wir uns die Strickloge an. Bernie hat noch mit einem Video auf uns gestern reagiert. Also da gibt es genug Sachen, worauf wir noch vorher reagieren können, und um uns etwas die Zeit zu vertreiben vor diesem wichtigen Spiel. So, also erstmal zur Pressekonferenz. Magath, wie gesagt, der sagt nichts unbewusst. Der hat wieder, ja, seine Psychotricks rausgeholt, hat gesagt, naja, Hertha hat ja jetzt nichts mehr zu verlieren. Wir stehen ja in dem Sinne schon vor dem Abgrund. Der HSV hat ja jetzt den Druck auf seiner Seite, die wollen jetzt unbedingt aufsteigen. Wo ich mir schon von Anfang an dachte, ja gut, ich kenne jetzt langsam den Felix. Ich weiß, was er versucht auf Pressekonferenz. Ich weiß, dass er nichts unbewusst sagt. Aber das ist doch ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt, jetzt den Druck auf den HSV zu schieben. Natürlich hat der HSV auch Druck, aber brauchen wir uns nichts vormachen. Ein Abstieg für uns wäre, glaube ich, noch dramatischer, als wenn der HSV noch ein Jahr in der 2. Liga bleibt, weil die hatten ja zwischenzeitlich schon gar nicht mehr mit gerechnet. Also ich glaube schon, dass der psychologische Druck auf uns jetzt, jetzt lass mich mal überlegen, Bielefeld, Mainz, Dortmund, HSV vier Spiele nicht gewonnen haben, der HSV sechs Spiele in Folge gewonnen hat und dann noch wir mit so einem Rumpelfußball die ganze Zeit. Also ich glaube, da liegt der psychologische Druck schon viel, viel mehr auf Hertha als auf dem HSV. Aber so hat es Magath halt gesagt. Ja, so wie Magath das Spiel zusammengefasst hat, nach dem Spiel vom HSV, dass er gesagt hat, ja, wir haben hier zwei auf Bundesliga-Niveau gesehen und der HSV war sehr, sehr stark, sehe ich, wie gesagt, immer noch anders. Ja, ich will dem HSV nicht absprechen, dass er ein bisschen stärker war als Hertha, aber ich habe beide extrem schwach gesehen. Ja, also das war für mich ein bisschen schön Rederei von ihm. Und auch jetzt, ja, die Hoffnung, guck mal, die Hoffnung von uns allen ist doch, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Es ist, als ob du in der Halbzeit bist und es steht 0 zu 1. Das heißt, was kannst du jetzt machen? Ja, es ist nur ein Tor, aber was machst du jetzt, wenn du zur Halbzeit 1 zu 0 hinten liegst? Naja, du wirst jetzt nicht defensiv deine Stiefel weiterfahren. Du musst offensiv spielen, du musst alles riskieren. Ob du jetzt 3-0 am Ende verlierst, ja, also nochmal 2-0 oder so, oder 4-0 ist ja am Ende scheißegal. Wenn du aber alles reinwirfst, hast du wenigstens die Chance, vielleicht nochmal 1 oder 2 Tore zu schießen. Das heißt, wir müssen eigentlich mit einer viel, 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 viel offensiveren Ausrichtung, nicht nur Aufstellung, sondern auch taktischen Ausrichtungen rangehen, die Hamburger früh pressen, ja, was ich ja schon vor dem letzten Spiel gesagt habe, so wie gegen Hoffenheim. Damit würde Hamburg Probleme kriegen mit deren Spielweise. Ja, aber so wie Magath gesprochen hat, wird er wahrscheinlich genau die gleiche Taktik wieder auffahren, wie er es die letzten Wochen gemacht hat. Defensiv abwarten, passiv Fußball spielen und auf Konterhofen. Aber Konterhofen bringt doch bei uns nichts, wenn wir keine schnellen Spieler haben. Das verstehe ich einfach nicht, ja. Aber er selber sagt auch, für uns ist die größte Chance bei unserer Spielweise Standards. Naja, wenn ich das schon in einer Pressekonferenz sage, dann weiß ich ja, wie die Ausrichtung wieder sein wird. Wir werden wieder nur 40% Ballbesitz maximal haben, wenn überhaupt. Wir werden nur reagieren. Und wenn wir dann mal den Ball haben und eigentlich eine gute Umschaltmöglichkeit da wäre, dann werden wir viel zu lange brauchen und der dritte Pass ist dann wieder ein Fehlpass. Also, ja, das sagt mir eigentlich schon, wie defensiv er wieder aufstellen würde. Ich hatte natürlich die Hoffnung, auch dass in Selke wieder fit ist. Wir kommen gleich dazu, wer alles verletzt ist. Das ist natürlich auch ärgerlich. Da hätte man noch viel offensiver auflaufen können. Aber ich werde euch dann mal um eine Aufstellung zeigen, wie offensiv ich das machen würde. in dem Wissen, dass es sowieso nicht passieren wird. Er wird nicht offensiv spielen. Und das nervt mich eigentlich schon wieder, dass unser Trainer selber sagt, ja, Hamburger Tim Walter spielt immer den gleichen Fußball. Wir wissen, worauf wir achten müssen. Aber im Endeffekt wissen wir es ja scheinbar nicht, weil wir pressen nicht früh genug. Er hat auch gesagt, ja, die Abstände haben nicht gestimmt und so weiter. Deswegen sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen. Kann ja alles sein. Aber viel weniger als die Defensivleistung hat mir einfach die Offensivleistung gefallen. Und das ärgert mich jetzt schon wieder so ein bisschen, dass er das in der Pressekonferenz gesagt hat. Bobic, nee, er sagte dann so, dazu sagte er dann noch, ja, außerdem hat uns Santi Askasiba gefehlt. Ein ganz, ganz entscheidender Mann. Also das fand ich ein bisschen schwach. Das fand ich ein bisschen schwach. Ich weiß, Santi ist ein absoluter Kämpfer. Santi nimmt auch so einen Kampf in der Relegation, im Abstiegskampf, vielleicht mit am besten an auf dem Platz. Aber an ihm das jetzt festzumachen, ist für mich Quatsch. Weil, wie gesagt, ja klar, die Abstände haben auch nicht gestimmt, aber wir sind ja ins Offensivspiel nicht reingekommen. Und ich glaube nicht, dass wenn Santi auf dem Platz steht, wir auf einmal ein Offensivfeuerwerk abbrennen. Das ist doch Quatsch. Klar, Niklas Stark war jetzt auch nicht ganz fit. Hat er ja auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt. Aber dennoch sage ich, dass jetzt an Santi die Niederlage festzumachen, ist mir dann doch zu einfach. Und wir werden ja sehen, nur weil Santi spielt, werden wir jetzt kein Offensivfeuerwerk abfeuern. Zur Frage von Boateng, warum er nicht gespielt hat. Ja, der ist da so ein bisschen ausgewichen. Also ich hoffe und glaube, dass er heute auch spielen wird. Weil wir haben ja gesehen, dass Kevin Prince so spielen wie gegen Union, gegen Dortmund auch drastisch gefehlt hat. Und wenn er gespielt hat, war er einfach deutlich mehr Ordnung teilweise. Auch wenn er halt nicht mehr der Schnellste ist. Ja, was hat Bobic noch so gesagt? Also Bobic Aussagen, die wissen langsam nicht mehr, was sie sagen sollen. Habe ich das Gefühl, Bobic sagte so vor dem Spiel, ja, die Mannschaft ist total verärgert und wütend auf sich selbst. Und kann es immer noch nicht fassen, dass sie das Spiel verloren hat. Und vielleicht waren sie sich zu sicher vor dem Spiel, wo ich mich so frage, wie kann denn so eine Mannschaft, die so eine Saison abgeliefert hat, wie kann die sich denn zu sicher vor dem Spiel gegen den HSV sein? Sag mal, also hier geht es ja ein bisschen um Arroganz und so weiter, was Berni uns da vorgeworfen hat. Das gucken wir uns ja dann nochmal an, das Video. Also das wäre ja wirklich die maximale Arroganz, vor dem HSV-Spiel sich zu sicher zu sein als Spieler, wenn du die ganze Saison Rumpelfußball gespielt hast und nur auf dem Abstiegsplatzgefühl standest. Also das war für mich wie eine Ausrede eigentlich schon wieder. Ich glaube, wir wussten schon alle Spieler, worum es ging, aber die können es einfach nicht besser. Bloß das kann ja Bobic in einer Pressekonferenz auch nicht. Einfach so zuzugeben. Ja, dann wurde noch angekündigt, dass knapp 6.000 Herthaner in Hamburg vor Ort sein werden. Ich glaube, es werden am Ende aber so 8.000 sein. Klar, so viele Tickets wie die Hamburger haben wir nicht bekommen. Die waren ja zwischen 15.000 und 20.000, aber 8.000 ist schon eine stabile Unterstützung für Montagabend. Wie gesagt, ich kann ja auch nicht. Montag ist natürlich auch ein bisschen schwierig. 8.000, ich weiß gar nicht, wie viele passen da rein. Unter 60, ja, da hast du auf jeden Fall fast 15%. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich hoffe, ihr macht richtig Rabatz. Und ich wünsche jedem, der da hinfährt, für den krassen Support natürlich, dass ihr dafür entlohnt werdet und wir irgendwie, auch wenn ich selber eigentlich nicht mehr dran glaube, den Nicht-Abstieg schaffen. Ja, was hat Tim Walter gesagt? Tim Walter, ja, der hat in der Pressekonferenz, wurde natürlich darauf angesprochen, weil die Pressekonferenz war nach der Hertha-Pressekonferenz. Was sagt er denn dazu, dass Felix Magath sagt, der Druck liegt jetzt beim HSV? Und die beiden kennen sich ja und sind auch befreundet und so weiter. Der weiß schon, wie er mit dem Felix umzugehen hat. Dann sagt er ja, naja, Druck. Der hat nicht gesagt, nö, wir haben nicht den Druck, sondern der Hertha hat nicht versucht, das so billig zurückzuschieben, sondern er hat es schon clever gemacht. Der sagte, naja, Druck ist ja ein Privileg. Wir haben es im DFB-Pokal gemocht. Wir haben es gemocht am Ende, wo uns schon alle abgeschrieben haben und wir mögen es jetzt. Also der hat das einfach in etwas Positives umgewandelt. Das war auf jeden Fall stark von ihm. Er sagt selber, und da muss ich ihm einfach recht geben, deswegen glaube ich auch nicht, dass es gut ausgehen wird hier am Ende für Hertha. Tim Walter sagt, das könnt ihr selber nochmal nachschauen, wir sind eben ein Team zu seiner Mannschaft. Und das war eigentlich auch eine klare Ansage und ein klarer Affront, was jetzt nicht böse gemeint ist, aber ein klarer Affront gegen unsere Mannschaft, weil wir sind kein Team. Und da hat er einfach absolut recht. Leute, wir können so viel Hoffnung haben, wie wir wollen, aber ich glaube selber eben nicht, also natürlich habe ich noch einen Funken Rest Hoffnung. Ich meine, 1-0 ist nichts, es kann immer alles passieren. Aber die Art und Weise, wie wir die ganze Saison spielen, dieser psychologische Aspekt, dass viele Spieler uns verlassen wollen, verlassen werden bei Abstieg und sich denken, ey, ich muss noch dieses eine Spiel durchstehen und dann kann ich hier weg. Also ich weiß nicht, ob die alles geben, im Gegensatz zum HSV, weil die wollen unbedingt in der ersten Liga spielen, die Spieler, diese junge Mannschaft. Ja, sehe ich psychologisch sehr, sehr kritisch und sehe ich auch absolut genauso, dass der HSV ein Team ist und wir nicht. Natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt und unsere Hoffnung ist natürlich auch, dass es einige Hamburger Spieler und auch in der Presse, nicht Spieler, sondern Fans und auch in der Presse viele gibt, die schon in der HSV davon sprechen, ja, wo ist die Aufstiegsfeier und die ganze Zeit nur Aufstieg im Kopf haben. Sowas kann nach hinten losgehen, klar. Aber bei dieser Mannschaft, bei dieser Konstellation, dass so viele uns verlassen werden, dass die alle keinen Bock mehr haben, dass die sowieso schon kein Team sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt auf einmal performen und den HSV, der ja so einen Lauf hat, einfach im Moment auf einmal auswärts mit mehr als einem Tor besiegen, was wir ja am Ende brauchen, oder halt Elfmeter schießen, ja. Naja. Schauen wir uns doch mal die möglichen Aufstellungen an. Also bei Hamburg ist es nun mal so, dass gestern beim Abschlusstraining der gute Jatta, der ja auf ihn Platten hat und generell unsere Außenverteidiger mit seinem Tempo echt unter Probleme gestellt hat, der hat beim Abschlusstraining gefehlt. Klar, seine Flanken am Ende waren nicht so gut, aber ich meine, lass den noch fünfmal so flanken und dann kommen auch mal zwei Flanken an. Der fehlt. Das ist jetzt die Aufstellung, wie sie am Donnerstag bei uns gespielt haben. Also da hat Kittel auf dem linken Flügel, Jatta auf dem rechten Flügel, Reis und Rohr so Doppel-Acht. Also war nicht ganz so offensiv wie vorher, wo man mit Kittel und Reis vielleicht Doppel-10 hatte, links Wagnoman, rechts Jatta. Ja, so werden sie eventuell wieder spielen. Warum sollten sie das System jetzt ändern? Es sei denn, Jatta sei verletzt. Dann könnte man überlegen, ob man zum Beispiel für Jatta einen Adli reinbringt oder einen Wagnoman oder einen David oder wie der heißt. Aber ich gehe jetzt mal von dieser Aufstellung aus. Und wir müssen ja sagen, was wir gut gemacht haben, man kann ja auch mal darüber sprechen, was wir gut gemacht haben. Was wir gut gemacht haben, sind die hohen Bälle zu verteidigen. Also es kam schon, ich habe es ja vorher gesagt, der ASV versucht, viele Halbfeldflanken hinter die Kette zu bekommen und dann eben auf Glatzel zu machen. Das haben wir schon gut abgewehrt mit Boyata und Kempf. Das hat mir gut gefallen. Davon dürfen wir auch nicht abweichen. Also das müssen wir weiterhin so verteidigen. Natürlich müssen wir auf dem Außen noch viel mehr Flanken verhindern, weil auch das Tor ist am Ende von Reis durch eine missglückte Flanke entstanden. Und es war am Ende ein Fehler, weil auf der Seite von Cerda und Pekarek nicht gut genug nachgesetzt wurde, wen auch immer man den Fehler jetzt ankreiden will. Also da gilt es weiterhin, wir müssen diese Halbfeldflanken, die eigentlich gut kommen, die wir jetzt das letzte Mal gut verteidigt haben, weiterhin so gut verteidigen. Wir müssen bei Jata aufpassen. Der ist im Tempo, natürlich hat er einen deutlichen Vorteil gegenüber Platte, muss man einfach so sagen. Und wir müssen auch aufpassen, dass die Hamburger nicht zu viel Ballbesitz in unserer Hälfte haben, weil die können schon Fußball spielen. Viele Hamburger sagen ja immer, Kittel sei ein schön Wetterfußballer. Ja, aber wenn alles gut ist, heute ist schönes Wetter und Hamburg führt 1-0, dann kann er eben auch gut spielen. Und auf Glatzel auf jeden Fall aufpassen. Also das wird wahrscheinlich die Aufstellung sein, wie wir sie heute sehen werden. Wie gesagt, es könnte auch sein, dass Jata ausfällt. Dann denke ich mal, könnte Wagnumann reinkommen, Kittel vielleicht auf die andere Seite. Oder es kommt ein, oder es kommt ein, na, wo haben wir ihn hier? David oder David, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. oder es kommt ein Ali-Doo. Oder aber man bringt einen Rechtsverteidiger und Haya geht nach vorne. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. So kommen wir zur Herthas Aufstellung. Also diesmal würde ich sogar elf Spieler aufstellen. Ja, bei meiner letzten hatte ich mich wieder verzählt. Da hatte ich nur zehn Mann aufgestellt. Naja, elf dürfen es dann schon sein. Also wir haben schon ein leichtes Problem mit Verletzten, muss ich mal an der Stelle sagen. Ja, wenn ich mir jetzt hier mal die Verletztenliste von uns anschaue, dann stehen da drauf Schwolo. Ja, in Sona brauchen wir nichts von erwarten. Dong-Jun Lee auch nicht. Lukas Klünter ist verletzt. Martin Dada ist verletzt. Marcel Lotka ist verletzt. Linus Gächter fällt auch aus. Ja, der ist wohl wieder krank. Also der ist aber auch oft krank, muss ich sagen. Der ist andern und erkältet oder krank. Und Davy Selke fällt leider auch aus. Das war ja für mich eigentlich eine große Hoffnung, dass unser Davy spielt. Also wie traurig ist es eigentlich, ohne ihn, wie gesagt, jetzt hier dissen zu wollen oder so. Aber wie traurig ist es, dass für mich Davy Selke unsere Hoffnung ist, weil brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wir haben ihn ja nicht ohne Grund teilweise als Fans, nicht alle, aber ich zum Beispiel, teilweise nicht lustig gemacht, aber auf den Kika gehabt. Ja, weil der ja auch wirklich jetzt auch in den letzten Jahren auch bei Bremen nicht wirklich Leistung gebracht hat. Und dass der, dass ich da jetzt enttäuscht bin, dass der im letzten Spiel nicht zur Verfügung steht, sagt eigentlich alles aus. Ja, was werden wir machen? Also ich denke nicht, dass er hier groß was rummauscheln wird. Und das gibt ja der Kader und auch die ganze Verletzten-Situation überhaupt nicht her. Im Tor wird wieder Christensen stehen, Boyata und Kempf sind gesetzt, Pekarik ist fit, Platte, ja, so ganz rund liefern nicht. Ich hoffe, der ist komplett fit für 90 Minuten, weil darauf wird es ankommen, weil wenn Magath jetzt schon sagt, wir hoffen auf Standards und dann kann Platte nicht spielen, dann haben wir ja ein Riesenproblem, weil keiner andere bei uns kann Standards. Asgassiba wird zurückkehren, der wird mit Tussar auf der Doppelsech spielen, ganz klar. Jetzt ist die Frage, Suat Serdar, unfassbar schlechte Spiele die letzten Wochen, ja, aber ist Marco Richter besser, ja, auch der wieder, als er nach, nachdem er reingekommen ist, eigentlich wieder mit einer Nichtleistung, aber wir haben einfach keine Leute. Er könnte halt noch einen Kader aufstellen. Ich gehe mal davon aus, weil Serdar war wirklich so schwach, der wurde ja auch mit einem Five-Konzert und der ist mit dem Kopf schon woanders. Eigentlich muss das ein Felix Magath auch erkennen und das wird er wahrscheinlich auch erkennen und deswegen wird er wahrscheinlich Richter spielen lassen. Links fehlen uns die Alternativen, da wird es meines Erachtens nach Mitti machen, Mitti oder eben Jovetic, wenn es für ihn reicht, wobei Jovetic ja eigentlich auch eher ein zentraler Stürmer ist und Boateng könnte in der Mitte spielen, es sei denn, er will auf Jovetic vertrauen und dann vorne mit Belfodil. Also ich glaube, wir werden diesmal nicht zwei Stürmer sehen, sondern eine hängende Spitze, ob das jetzt Boateng oder ob das, ähm, ob das Jovetic ist, bleibt abzuwarten, aber ich denke, so wird es sich am Ende aufgehen, ja. Wie würde ich spielen? Ich würde ganz ehrlich noch anders spielen. Ich habe nichts gegen Mitti, wisst ihr, aber das war für mich wieder nichts. Wir brauchen mehr Offensive. Ich würde, ich würde jetzt hier richtig, richtig, richtig offensiv spielen. Ich würde tatsächlich, auch wenn er nicht der Schnellste ist, aber er kann diese Position spielen, das hat er auch schon sehr oft gemacht, ich würde Jovetic auf den linken Flügel mit Plattnaht stellen. Ich würde, äh, Boateng und Belfodil vorne im Sturm lassen und weil mir Richter leider überhaupt nicht gefällt, würde ich tatsächlich mit Kader anfangen, ja. Man kann sich jetzt überlegen, ja, es ist vielleicht zu jung, spielt doch lieber mit Richter, aber Richter bringt doch auch nichts. Ein Suat Serdar bringt auch nichts, auch wenn die eigentlich vielleicht Anlagen haben, aber sie bringen doch die Leistung nicht. Sie bringen die Leistung nicht, da könnte es sich nur noch aufregen, gerade beim Suat Serdar bin ich mir sicher, dass er wechselt. Der hat genau diese Einstellung, die er bei Schalke am Ende hat. Ich habe den so viel hochgelobt dieses Jahr und jetzt kommt da gar nichts mehr und vor allem, man sieht es ja in seiner ganzen Körpersprache, der zieht ja die anderen nur noch weiter runter. Also Boateng muss für mich spielen, Jovetic muss für mich spielen, Belfodil muss für mich spielen, ja, rechts, weiß ich nicht. Man könnte auch Ekellenkamp rechts aufstellen, aber so richtig überzeugt hat er mich auch noch nie. Kader, gut, hat auch erst vier Kurzeinsätze gehabt, aber der kommt wenigstens mit Tempo. Meinetwegen auch statt Kader ein Ekellenkamp rechts, einen Maholida kannst du nicht bringen, ganz ehrlich. Natürlich ist der nochmal eine Alternative, der kam ja am Ende sogar nochmal für Belfodil im Zentralen Sturm, aber der ist ja für mich nicht Bundesliga-tauglich, der kann ja nicht mal einen Ball annehmen, der kann ja nicht mal, was kann der, also nicht böse gemeint, aber was kann der denn eigentlich gut? Was kann der wirklich gut? Also den kannst du meiner Meinung nach nicht aufstellen. Das wäre jetzt hier meine Aufstellung, rechts Kader, links Jovetic, vorne Boateng und Belfodil, Azkassiba und Tussar und hinten die gewohnte Abwehrreihe. Ich würde nicht auf Mitti setzen, das wäre mir zu defensiv, da würde ich lieber auf Jovetic setzen. Auf der rechten Seite würde ich auf gar keinen Fall auf Serdar setzen, auf gar keinen Fall auf Darida, ey, komm mir bloß nicht mit Darida, dann können wir den Fernseher direkt wieder ausmachen und ich würde auch nicht Belfodil, Jovetic oder Boateng einen davon auf der Bank lassen, sondern ich würde mit allen dreien spielen und wenn es dann nicht mehr reicht bei Boateng, na dann bringst du halt die Kellenkamp am Ende für Boateng oder so, da bringst du zu Azkassiba auf die Position für Boateng, irgendwie so, das kann man ja machen, aber so würde ich erstmal anfangen, das wäre für mich die offensivste Ausrichtung, die mit diesem Kader möglich ist und das wäre genau das, was wir brauchen und mit dieser Mannschaft musst du, genauso wie gegen Hoffenheim, die Hamburger früh pressen. Wie gesagt, wir saßen im Stadion und wir haben immer erst ab der Mittellinie gepresst, so dass der HSV sich schön im Ball zirkulieren konnte, das dürfen die gar nicht haben, die müssen direkt, wenn sie den Ball aufbauen wollen, so wie bei Hoffenheim in unserem Stadion damals, müssen die direkt unter Druck sein. Aber was ist jetzt am Ende mein Tipp, ganz ehrlich, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, aber die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dieses Defensiv, und wir werden wieder erst ab der Mittellinie rangehen, wir werden wieder nur passiv agieren, also wir werden wieder nur auf Konter hoffen, aber Konter können wir ja eigentlich nicht, weil wir nicht schnell genug sind und daher, dass wir keine Mannschaft sind und dass viele auch einfach gehen wollen nach dem Spiel. Es spielt bei uns so viel miteinander rein, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der HSV sich die Butter vom Brot nehmen lässt. Ich hatte erst gesagt, 2-0 für den HSV, vielleicht wird es doch nicht ganz so drastisch. Der Hatana hat da, glaube ich, schon einen ganz guten Tipp abgegeben mit 1-1. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass wir in Führung gehen, aber dann noch ein spätes Gegentor kriegen und dann können wir uns nicht mehr wehren und kein zweites mehr machen. Ich glaube, es wird am Ende leider ein 1-1 und dass wir absteigen, aber das soll jetzt nicht heißen, dass es unmöglich ist. Es ist nicht unmöglich, es ist nur ein Tor. Und ich wünsche mir wirklich, dass ihr alles gebt, alle, die da vor Ort sind. Es ist nur ein Tor und natürlich kann man das drehen und man könnte auch, wenn wir ein Gegentor kriegen, auch zwei Tore kannst du schießen und in eine Verlängerung kommen. Das geht alles. Auch wir haben schon zwei Tore geschossen, ob gegen Stuttgart, ob gegen Hoffenheim, da haben wir drei geschossen. Es geht alles. Die Frage ist halt einfach nur, wie viel Wille, wie viel Kampfesgeist ist bei dieser Mannschaft, wenn man sie denn so nennen will, überhaupt noch da? Wie sehr wollen die überhaupt noch nicht absteigen? Weil für manche ist es vielleicht sogar nachteilig. Also klar ist ein Abstieg in der Vita nie gut. Aber ich sage mal, gerade die, das wissen wir ja alles nicht, die vielleicht bei einem Abstieg ablösefrei gehen dürfen, weil sie in der zweiten Liga keinen Vertrag haben. Ich könnte mir da einen Tussar oder einen Piontek vorstellen. Piontek spielt jetzt nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es einen Tussar nicht alles gibt. Dafür ist er einfach nicht der Typ. Aber ich weiß nicht, ob du dann psychologisch halt, selbst wenn du alles gibst, diese positive Energie aufbringen kannst, die der HSV uns entgegensetzen wird. Und so arrogant wie ich, nicht alle, es ist immer pauschalisierend, aber so arrogant wie viele HSV-Fans auch sind und sagen, ja gegen die Hertha, da können wir ja nur noch aufsteigen. Leider habe ich dem jetzt vor dem Spiel nicht viel entgegenzusetzen, weil ich ja meine Hertha kenne, weil ich ja weiß, wie die wieder auflaufen wird. Ich kenne sie, ich weiß wieder, wie die taktische Ausrichtung sein wird, ich weiß, was Magath wieder machen will. Es wird jetzt nicht auf einmal ein Offensiv-Festival und dadurch ist halt auch ein 0-1, was eigentlich gar nichts ist zur Halbzeit quasi, für mich unüberwindbar und deswegen glaube ich, steigen wir heute ab. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe natürlich, dass es anders wird, auch wenn ich langfristig glaube, dass uns ein Nicht-Abstieg nächstes Jahr genau wieder dahin katapultiert, wo wir jetzt sind. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Also natürlich wünsche ich mir erstmal einen Nicht-Abstieg. Das ist das, was ich mir jetzt am meisten wünsche und dafür geben wir heute Abend alles, wie gesagt, ab 17.30, 18.30 auf Twitch. Freue mich, wenn ihr alle dabei seid. Ihr lieben Edelmänner und Edeldamen, in 10 Stunden ist es soweit. In 10 Stunden ist es soweit. Letzte Chance. Also niemals aufgeben. Nur weil ich sage, wir schaffen es nicht, heißt es ja nicht, dass es so ist. Ich kenne auch viele, die sagen, wir schaffen es noch. Also niemals aufgeben. Noch ist nicht aller Tage Abend, noch ist nicht die Messe gelesen. Man muss bis zum Ende und bis zum Ende heißt, bis zur 93. Minute alles, alles, aber auch alles zu 110 Prozent reinwerfen und das erwarte ich jetzt von dem Team. Das erwarte ich jetzt von dem Team. Also in diesem Sinne, hau he und bis später. Untertitelung des ZDF,